Deine Minder sind verbunden. Du fühlst einen Tuch von Unzuredenheit. Einen Tuch von Unzuredenheit. Medium Armor. Jaaa. Ich meine, also ich, also... Dexterity saving throws, bonus initiative, ne. Ne, irgendwie, irgendwie nicht, ne. Oh, sind die abgauen? Oh, die scheinen abgauen. Ja, gut, okay. Dann, dann, ja, ist okay. Dann ist okay, wir lassen sie, wir lassen sie. 21. Nicht Pickup, nicht Pickup. Missklick, Missklick. Oh ja, oh ja. So. So. Wir gucken jetzt gleich mal, ob das Eulen-Bär-Baby bei uns... Bei uns im Campchild. Hä? Bei uns im Campchild. Ah. Ja, aber, ne, also was ist, was ist Karl eigentlich für ein gottverdammtes Biest? Warte mal. Camp. Hm. And her name is Karlach. Ah, es ist fitting, ja. Ah, sie rasiert auch einfach mal komplett. Hm. Wo ist Scratch eigentlich? Ach, der konnte nicht mitspringen. Das war's wahrscheinlich. So, jetzt ist Scratch hier. Aber das Eulen-Bär-Baby ist nicht hier. Ah, swear to God, wenn das Eulen-Bär-Baby tot ist. Hm. Ne, wir suchen erst danach, bevor wir... ...pennen gehen. Honk-Honk. Okay, das war doch hier am rumlaufen. Warte mal, hier ist... Wo ist das Kleiner? Hm. Das war der Kurs. Wäre der Kurs. Sternchen heißt es gelootet, ne? Ne, ist nicht. Ah, Grilled Pork. Ja, ich brauche jetzt das ganze Essen nicht. Scheiße, das war ja am Rumrennen. Ich hätte besser drauf aufpassen sollen. Ähm... Das Eulen-Bär-Baby kommt später noch. Muss dich danach suchen. Okay. Okay. Dann vertraue ich mal darauf. Muss erstmal hier meinen inneren Kleptomanen ausleben. Hahaha. So, was muss? Das muss. Mir gefällt Stil. Alle sind tot. Wem soll ich das klauen? Hahaha. Okay. Äh, jetzt gehen wir aber erstmal da hoch. Wait, 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 wait. Wir gehen hier hoch. Psst, you can't get this. Ne Lüge. Wir gehen hier hoch. Checken da nach Loot. Das sieht auch sehr dubios aus. Painting. Painting. Noch mehr Paintings. Oh, die werde ich ja alle sowas von verkaufen. Aha. Ich wusste es doch. Ich wusste es doch. Hm. Hm. Scroll of enlarge. Hm. Interesting, interesting. Ich mein, das wär ja was, wenn Lizzy enlarge lernen würde. Also, sie macht auch so genug Schaden. Ich hab gerade überlegt, ne, Karlach einfach buffen. Wenn, 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 wenn alle committen Karlach zu buffen, dass sie ein noch größeres Biest wird. Oh, Crude Maze, ja, der würde auch gehen, ne? So. Jetzt frage ich aber zur Sicherheit, kann ich eine lange Rast machen, um mich wieder aufzufüllen? Eulenbeer-Bee bezüglich. Gut, der Badel, der ist vielleicht auch noch relevant, aber auch nur so ein bisschen. Oder wäre das zu lange? Ich meine, ich kann nur eine Sport-Rest machen, ich glaube, ich kann nur eine Sport-Rest machen. Okay. Wir nehmen eine Bombe. Can't give up now. Ähm. Keep your distance, darling. How about this? Collapsed Corridor. Äh, ich glaube nicht, dass eine lange Rast ein Problem wäre. Ich würde auf alle Fälle aber das Übergang loswerden wegen des Disadvantages. Ja, das auf jeden Fall. Ja, das ist ein wichtiger und richtiger Punkt. Ähm... Das sind halt vor allem die Waffen, ne? Hm. Die Rüstung. Ich sammle halt alles auf, Alter. Äh, die Bücher, die Bücher. Warte mal, ich kann das ja mal hier bewegen. Ne, das reicht nicht. Ja, muss ich dann machen. Ja, genau, genau, mit Steuerung. Ja, das ist das auch letztens. Äh. Wir haben in der letzten Aufräumaktion auch mal auf die Idee gekommen, hey, man könnte ja mal versuchen. Oh, die wollte ich noch ganz kurz. Okay. So, die habe ich auch schon gelootet. Oh, mit dem können wir reden. Bestimmt, der hat sich gar nicht beteiligt. Hey, help us out. Es sagt hier, die Goblinoide sind obstreperous und melodorous. Was das mean? Das ist quite a compliment. Wait, let me trade first. Ah, nee, okay, das ist schon shit. Das ist quite a compliment. Das heißt, du bist extremelig intelligent. Bit confusing, weil es sagt, wir sind feeble-minded Weaklings right before das. Still, die nur andere Sachen zu readen hier sind die Filfe-Klagge Skrulls in die Latrine. Most Goblins I've met are terribly interested in reading. Okay, 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 okay. Oh, 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 oh. Ähm. Das in meinen keinen Sinn sehen. Ah, ich kann ihn ja auch stehen lassen, I guess. Tja, dass die Spinnchen jetzt natürlich nicht dabei sind, das ist eher schlecht. Naja. Oh, komm ich noch zu dem Turm? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich glaub nicht, ne? Aber da ist die Kiste. Aha! Stopp, 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 stopp. Ich glaube, ich kann den Sprung machen, wenn ich diesen einen Skill aktiviere. Ich spür doch das Loot. Zum Teil. Das ist not Sparta. Is it not? Is it not now? Komm, 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 go, 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 bevor der Spell endet. Noch was anderes? Silver Glass? Scheiß drauf. Da muss ich noch rüber springen, kann das sein? Ich seh doch die Heavy Chest. Ich geh einmal ne Runde. Und ich hör doch immer noch das kleine Baby schreien. Ich komm, ich komm später nochmal. I swear to God. Can't get there. Ach, so hat er zugebaut durch den Typen. Ja, wenn's das Wehrtchen getreten, das stimmt. Vergiss Schubsen, ich brauch nen Trezkel. Eigentlich richtig, ja. Das ist eigentlich recht, ja. So. Wenn ich ein Level 3 selber recoveren, fällt mir auch grad auf. Würde ja Sinn machen. Sehr gut. So, die Skills von hier, hier, okay, das ist... Das geht quasi nicht mehr. Guidance könnte ich mitnehmen. Ach, wird schon. Wird schon. Ich mein, wie schwer kann der Kampf da drin sein, ne? Gut, vielleicht sollte ich doch nen Long Rest machen. Lassi fehlt ein Dreier, zwei Zweier. Mir fehlen komplett die Einser-Speelts. Scheiße. Can't give up now. Ja, ist vielleicht schlecht. Ist vielleicht schlecht. Moin, Hundes Gelatini. Ja, froh Ostern, dir auch mein Guter. Gut, dass du es noch geschafft hast. Ja, auf jeden Fall. Freut mich, dass du da bist. Wir machen heute noch ein bisschen länger, du. Äh, haben wir morgen frei. Und ich glaub, wir haben alle Bock, oder? Was hab ich gemacht? Ist das wegen dem? Die Luft ist schwer, Moisture drübt auf deinem Kopf. Pain drübt durch deine Fingern. Die Fingern verbindet, als du deine Hände zusammenbringst. Waren deine Fingern immer so dick? Dein Haut immer so knackig? Die Fingern verbindet, als du deine Hände zusammenbringst. Die Fingern verbindet, als du deine Hände zusammenbringst. Kannst du es fühlen über dich? Tendrils squirmen in deinem Kopf? Gripen dein Herz, pierce dein belly. Deine Fingern verbindet, deine Fingern verbindet, deine Fingern verbindet. Ich kann. Ich sehe es in dir. Ich fühle es in mir. Wir sind verloren. Ich werde schnell mit meinem Blatt. Erst du, dann die anderen, dann mich selbst. Deine Fingern verbindet. Du sensst einen Touch of Uncertainty. Einen Touch of Disgust. Das ist ein weirdes Vorspiel. Explore her mind, aber ich würde halt wieder diese Kraft benutzen. Don't you see how far gone you are? Give me that blade, I'll make it quick. Surrender to Leisel, you will not become an abomination. Kannst du mich einfach töten? We're just exhausted. Lower the blade before you do anything foolish. Ich will die Kraft nicht benutzen. We're just exhausted. Lower the blade. Oder medicine, habe ich auch. It's just a fever. Kann ich jetzt nicht, ne? Ich komme nicht raus aus der... Okay, nee. It's just a fever. Oh, come on. Bitte. Bitte. Nein. Scheiße. Ah, fuck. Wir könnten nochmal. Du wirst auch sehen, was passiert, ne? Not gone alive. Äh. Ja, ja. Das steht auch immer da. Dass du irgendwas verloren hast, was du nicht zurückbekommst, wenn du die Kraft benutzt. Äh. Oh, ich habe jetzt der Lukas gekriegt. Scheiße. I cannot trust my own mind. So it seems I must trust yours. I will wait. But know this. I am watching. If the sickness does not pass come dawn, I will end us all. Girl, you gotta chill. Fuck. I will end us all. Okay. Ah, scheiße. Noch jemand? Oh, kann ich nicht mehr? Wait, no. Werde ich geheilt? Ich komme gerade in Zeit. Du bist jetzt transformiert. Ich weiß deine Sprache. Ich habe es vorher gehört. Ja, du hast es. Das war gar nicht die Tadpole. Dankeschön. Dankeschön. Du wirst nicht ein Mindflayer werden. Nicht, während ich hier bin. Ich werde dich verhindern. Ich werde dich beschützen. Dankeschön. There is great potential within you. It comes from that parasite. Your instinct is to resist the power it gives, but you must accept it. Nurture it. Oh? A fight for the fate of Faerun. A fight we are losing. For now. You can change that, but only if you embrace your potential. I have to go. The enemy is closing in. I will be back. Wake now. You'll feel better. I promise. What the fuck is even happening? Uh, consuming parasites generally. You can absorb the psionic potential of illicit parasites to evolve Mindflare powers. Consume the first illicit parasite in your inventory to unlock the illicit powers menu. Future parasites will automatically appear there. Look out for sources of parasites in the world, including infected corpses. Aha! Habe ich schon einen verpasst, ist die Frage. Ach, Scheiße. Oh, Junge, Junge, Junge. Okay, also ich kann das jetzt nurturen. Sollte ich das nurturen? Sie hat gesagt, ich sollte. Ich meine, sie hat mich gerettet. Ich habe jetzt erstmal keinen Grund zu glauben, dass sie irgendwie nicht auf meiner Seite wäre. Wissen Sie, wie ich meine? Ach, Scheißendreck, ey. Ach, Gott. Na, aber hatte ich schon... Warte mal. Na, wir hatten doch... Wir sind doch schon den... Oder war das eine andere Kraft? Ich bin doch... Naja, sowas ist nur wichtig, wenn du dich entscheidest, die Larven zu essen. Du hast die Qual der Wahl. Und das Schlötchen hat kein einzigen gegessen. Tja... Rollenspieltechnisch würde ich jetzt paladinöser empfinden. Ah, das... Ich glaube, that shit's gone, mein guter. Ich bin Oathbreaker. Ich meine, ich tue alles für die Kraft, für die Macht, um noch mehr Leute zu vernichten. Join the dark side und so. Äh, ich meine, mit der darkness, mit dem spiteful suffering. Tja... Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich meine, vielleicht ist es nicht schlecht, dass ich diese Pilznummer im Untergrund gemacht habe und wir dadurch auch stärker geworden sind, aber... Naja. So... So... Das Baby rennt hier nicht rum. Ich hoffe, wir finden es noch. Sonst muss ich mich noch nach irgendwelchen... Construct Commands umschauen. So, haben die mitbekommen, was draußen abging? Ne, ne? Ich glaube nicht. Ich... Oh, aber das... Das hier sind schon nicht wenig, ne? Ah, warte mal. Ah, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Woher. Ich weiß das. Na, warte mal. Hier, warte mal, warte mal. Willst du dich bitte? Das ist das wirklich lustig. Dann warte mal, warte mal. Es ist das, was Sie traversiert? Von Warte mal! Das wäre wirklich Spaß. Mama K kann fixen, meine Gute. Mami, Karla kann alles fixen. Alles kann sie fixen. Moin Heroin, wunderschön. Macht Baldur's Gate? Ja. Baldur's Gate 3 ist richtig nice. Also, gönn dir, Bruder. Wenn du Bock hast auf dem Rollenspiel. Attacke. Richtig gutes Game. Es macht richtig Bock. So, okay. Wir haben die Tür zugemacht. Die kriegen sie auch nicht auf. Oh, es läuft ab. Fünf Runden. Okay, Attacke. Schnell. Schnell in Dialog verfassen. Komm. Now, here's somebody special. The Absolute has touched you, hasn't she? Princess Gutt needs to touch you too. Hold out your arms so I can mark your flesh. Wa-wa-wa-wa-was? Wa-wa-wa-wa-wa- Why should I let you brand me? Let's the faithful recognize one another quick sharp. That way nobody will mess with you. And it's charged with magic. Ordinary Slums can't see it. Only us that follow the Absolute. Are you ready? Brace yourself. This will sting. Let Priestess God touch you. Wenn sie hot wäre, ja. Das ist ja klar, aber... Na, hab ich eigentlich keinen Bock drauf. Ich glaube... Oder für Deception in Zukunft? Also mark auf die Absolute. Ich glaub, ich werd noch ein paar Mal diesen Absolute-Typen begegnen. Aber ist das vielleicht wieder so... Nee, krieg ich... Verliere ich... Hab ich... Ich glaub, ich lass euch mal entscheiden, Chat. Äh... Da müsste jetzt was aufgeploppt sein. Ich glaube... Ich glaub... Ich glaub... Ihr dürft mal entscheiden. In der Zeit hole ich mich noch was zu trinken. Ha! Äh... Schaut mal gerne. Müsst aufgeploppt sein. Äh... Ansonsten gucken wir, ob die Extension bei euch läuft im Twitch-Stream. Ganz wichtig. Ähm... Dort, wie ihr auch seht, welche Charaktere ich hab, welches Level... Welche Quests ich gemacht hab. Äh... Schaut doch mal nach. Falls das nicht aktiviert ist, müsst ihr das vielleicht noch machen. Gleich wieder da, ja. Stimmt gerne mal ab. Ausatmen. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 The vision dissolves away, you stand before the goblin priestess in the temple once again Deeper? Her faith floods into you, a tide of shuddering ecstasy. Her tadpole nestles within that mania, secure, hidden. I feel you in there. Digging around. Works both ways. And I saw some weird shadows swimming around in your head just now. Maybe I can help with that. Us true souls gotta look out for one another. There's a creature inside my head, can you help with that? A creature? There's definitely something rotten in there. Let me take a closer look. I ain't seen anything like this before. I'm pretty sure you're infected too. Eh? Ain't nothing wrong with me. You're the one who's sick in the head. No need to panic though. With the absolute's will, I can fix anything. Let's deal with this in my chapel. It's private. Don't want this lot interfering with true soul business. Oi, priestess. We want the mark. Why do they think they're talking to a dog? Yeah. Aren't we good enough for the episode? In your private chamber? Eh, okay. Is hier ein Händler? Warte mal. Da. Stop, stop, bevor... Moment, bevor ich hier alles abschlachte. Warte mal. Da. Da.